So, heute stehen wir wieder zusammen in der Küche, weil wir ganz viele Kekse backen werden diese Woche. Und ich werde so einen kleinen Video-Zusammenschnitt machen, welche Kekse es bei uns heuer so gibt, welche neu dazu gekommen sind und welche wir einfach jedes Jahr so machen, so wie Vanillekipfel oder sowas. Das machen wir jedes Jahr und neu dazu gekommen ist der Baumbüchern aus Lebkuchen. Aber eben im kleinen Zusammenschnitt seht ihr, was alles so aus unserem Ofen gesprungen ist heuer. Und viel Spaß damit! Und viel Spaß damit! Und viel Spaß damit! Und Milina hat einen wunderschönen Engel gepackt für heute. Das ist schön, ja? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020